Norddeutscher Rundfunk 2021 Leila, du wirst gleich auf diesem riesengroßen Teller festgeschnallt. Wie so eine Messerwerferfrau. Aber das Schöne ist, es kommen keine Messer, sondern eventuell viele Dinge, die sich eventuell auch teilweise bewegen können. Insgesamt musst du fünf Minuten darauf aushalten. Dann hast du fünf Sterne. Jetzt kommen die ersten Dinge zu dir. Die werden über dir entleert an einer Seite. Und wenn die ... Gilt die Zeit schon? Nein. Erst wenn die ersten vier drin sind, dann gilt die Zeit. Wenn alle drin sind. Die tun weh. Ja. Die tun weh. Die krabbeln nur, die Kitzel. Die stinken und die piksen. Die sind überall. Wie viele denn noch? Das sind ganz schlimme Mehlwürmer. Leila, du machst das bis hierhin schon toll. Die Prüfung hat noch nicht mal begonnen. Die Zeit noch nicht. Aua. Die beißen. Nee, die beißen nicht. Die beißen richtig. Die fressen mich einfach. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Fünf Minuten laufen ab jetzt. Aua. Ah. Ich wollte eigentlich die Schnauze halten, aber das geht nicht. Das sind 27 Kilo Mehlwürmer. Oh, das ist so abartigend. Oh, 200 Sandwürmer. Die piksen wie so Nadeln. Aber das ist vielleicht auch ... Das war das süßeste Sonja, was ich jemals gehört habe. Aber ich kann ja auch nichts dafür. Nee. Ha. Was machen die denn? Die krabbeln. Die krabbeln an meinen Hupen rum. Ja. Ach, da war so lange keiner mehr dran. Hier siehst du. Oh. Warum krabbeln die denn so ekelhaft rum? Warum chillen die denn nicht? So, eine Minute ist rum. Sehr, sehr gut, Leyla. Uah. Ihh. Das ist doch irgendwas Totes. Das ist korrekt. Uah. Ihh. Aber Leyla, du machst das bis hierhin wirklich toll. Uah. Das stinkt so abartig. Ich habe mir in die Hose gepisst, glaube ich. Uah. 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 So, das sind 150 Kilo Fischabfälle. Uah. Mit ein bisschen Pipi. Uah. 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 Ihh. Uah. Super, Leyla. Ihh. Das stinkt. Uah. Ja, wir riechen das auch. Du machst das sehr gut. Uah. Darf man im Liegen kotzen? Uah. Jetzt zur Seite. Dann kotzt zur Seite. Nicht, dass du dir den Mund ... Die zweite Minute ist um. Jetzt kommen noch mehr lebende Dinge. Uah. Doch, doch. Uah. Ach nee, das waren die Toten. Entschuldigung. Ja, nachher kommt doch noch was Lebendes. Uah. Das ist mein Paul. Uah. Mach den Mund zu vielleicht. Uah. Das sind 100 Kilogramm Fleischabfälle. Uah. Uah. Kakerlaken. Uah. 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 60.000 Kakerlaken, die jetzt mit dir da drin sind. Leyla, du machst das sehr, sehr gut. Es ist der Kampf um die Dschungelkronen. Es ist das Finale. Es ist deine Prüfung. Passion. Puh. Puh. Es steckt. Du machst das gut. Uah. 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 Drei Minuten sind rum. Drei Minuten sind rum. Jetzt kommen Ameisen. Uah. 30 Nester. Sonja. Ja, ich kann doch auch nichts dafür, Leyla. Leyla, es ist nicht viel Zeit. Und du machst das so gut. Sonja. Ich kann dir leider nicht helfen. Es sei denn, du sagst den Satz. Das hört nicht auf. Anderthalb Minuten sind es noch, die du aushalten musst, Leyla. Anderthalb Minuten, was ist das schon? Der letzte wird leider nicht ganz so erfreulich werden. Nein. Denn es kommen Skorpione, Spinnen und Großschaben. Okay, nein, stopp. Eine Minute. Nein, ich kann nicht. Leyla, du warst so weit. Du warst wirklich sehr, sehr tapfer, Leyla. Da kannst du auch stolz auf dich sein. Ja, wirklich. Auch wenn du keine Sterne hast, aber ihr könnt trotzdem gut essen. Ja. Ach, Leyla. Ach, das tut uns jetzt ein bisschen leid. Weil du hast gezeigt, dass du schneller aufgegeben hast in dieser Staffel. Und hier hältst du vier Minuten durch. Du hast den Satz aber trotzdem gerufen im Finale. Das heißt, kein Stern dieser fünf. Liebe Leyla, dann darfst du jetzt mit deinen neuen Freunden ins Camp gehen. Okay. Tschüss. Tschüss, Leyla. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.